So, wunderschönen guten Morgen. Wenn jetzt keiner laut Nein schreit, würde ich heute die Sitzungsleitung machen. Vielleicht warten wir auch kurz, bis Oliver sich gesetzt hat, dann würde ich direkt beginnen. Vielen Dank. Ich mache alles an. Das ist gut. So, dann einen wunderschönen guten Morgen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 1, Formalia. Und da zunächst die Frage, ob jemand einen nicht öffentlichen Teil wünscht. Ich sehe, das ist nicht der Fall. Deshalb kommen wir zum Tagesordnungspunkt 2, Bericht des Vorstandes. Und der beginnt wie immer mit dem Bericht der Pressestelle. Ingo, bitte. Schönen guten Morgen. Ja, wir hatten uns in den letzten Tagen mit dem Krankensystem beschäftigt. Der Blogpost von Daniel hat eine sehr große Medienpräsenz hervorgerufen. Fast alle Zeitungen haben im Verlauf von Freitag, Samstag und Montag darüber berichtet. Und von daher kann man sagen, die Aktion war durchaus folgreich. Dann die Piratenstunde, die wir im Dezember ursprünglich mal geplant hatten zum Plenum, hat ja nicht stattgefunden aus diversen Gründen. Weswegen wir damals gesagt hatten, die würden wir auf Mitte Januar verschieben. Jetzt haben wir Mitte Januar. Und deswegen würde ich vorschlagen, dass wir im Laufe dieser Woche noch eine machen, sofern wir das Termin nicht hinkriegen. Ich werde dann im Laufe des Tages die einzelnen MDLs mal ansprechen und gucken, dass wir da ein oder zwei Leute finden, die da teilnehmen. Dann noch eine Kleinigkeit, die Tragetaschen sind da. Ich habe ja gestern die Mail geschrieben, jeder MDL bekommt 50 zum persönlichen Gebrauch und Verbrauch. Die übrigen Tragetaschen sind Fraktionsbudget und dienen dann für Besuchergruppen. Wer also einen offiziellen Termin hat, kann sich gerne bei Marco in der Poststelle melden. Und der bereitet die dann vor mit einem entsprechenden Merchandisingartikel und händigt die aus. Und ansonsten stehen wir heute Gewehr bei Fuß für Dinge aus Gründen. Fertig. Ja, vielen Dank, Ingo. Joachim, magst du den weiteren Bericht des Vorstands machen? Ja, da gibt es im Grunde nicht viel zu berichten. Der Bericht auf der Poststelle ist ja eben auch voll. Wir haben dann in der Folge die Fraktionssitzung von heute angeguckt und vorbereitet. Also nochmal zur Wiederholung. Wir haben Bericht der Pressestelle gehabt, wie eben auch erfolgt. Und dann in Folge die Fraktionssitzung von heute vorbereitet. Und auch gestern unsere Nachlese zur Fraktionsklausur nochmal vorbesprochen. Das ist im Grunde alles. Die Tagesordnung seht ihr. Ansonsten gibt es da nichts weiteres. Und ich würde einfach vorschlagen, wir fahren in der Tagesordnung fort. Vielen Dank. Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 3. Neuwahl der parlamentarischen Geschäftsführer, sowohl des parlamentarischen Geschäftsführer als auch des stellvertretenden Geschäftsführers. Dazu müssen wir zunächst einen Wahlleiter bekommen. Wer möchte denn gerne Wahlleiter sein? Sollte sich dann natürlich klar sein, dass er nicht zur Wahl stehen kann. Nico? Da habe ich jetzt gerade noch eine Frage zu. Nach meinem Verständnis müsste das jetzt vielleicht einer aus der Riege der Fraktionsmitarbeiter übernehmen, weil wir ja alle auf dem Wahlzettel stehen. Und dann verbietet sich die Rolle des Wahlleiters an der Stelle. Bei den ersten Malen war das sogar Alexander, mein Mitarbeiter damals, wenn wir da keinen anderen hatten. Joachim? Wir haben als Default-Einstellung in der Satzung, dass alle zunächst einmal als Kandidaten zur Verfügung stehen. Und wenn wir jetzt die Rundumabfrage machen und stehen einige nicht zur Verfügung, bieten die sich automatisch nach meiner Auffassung als Wahlleiter an. Das funktioniert formal nicht, weil wir müssen den Wahlleiter vor dieser Frage haben. Ich könnte mir vorstellen, dass sich die Leute schon Gedanken gemacht haben, ob sie sich gleich melden oder für die Wahl zur Verfügung stellen. Gibt es denn jetzt, es gibt jetzt aktuell keinen, der sich als Wahlleiter zur Verfügung stellen möchte, der es machen möchte? Ich frage nochmal. Ich würde auf Michelle gerne warten. Also Danebott würde die Wahlleitung machen. Wir machen das jetzt hier mal mit der Zustimmung. Wer kann dem zustimmen, dass Danebott jetzt den Wahlleiter macht? Den bitte ich um das Handzeichen. Das ist einstimmig bis auf... Du enthältst dich, oder was? Gut, dann sehe ich das als Enthaltung, Danebott. Moni, bitte. Ja, ich habe einen grundsätzlichen Antrag. Ich fand das unsäglich bei der letzten Wahl, dass alle losgelaufen sind, die Zettel nachgeguckt haben. Ich bin mehrfach angesprochen worden, ob das mein Zettel sei. Ich möchte bitte anregen, dass die Zettel von Gerhard Militzer ausgezählt werden und dann wegkommen. Es ist das letzte Mal tatsächlich so gewesen, dass man geguckt hat, überlegt hat, von wem die Kreuzchen sind. Und das hatte mit einer geheimen Wahl nicht ansatzweise was zu tun. Und deshalb möchte ich gerne, dass das heute anders geregelt wird. Zustimmung. Und wenn Gerhard Militzer da ist, kann ich ihn auch gerne zum Wahlhelfer machen. Daniel? Ja, also ich sage mal, bitte. Das ist das mit der öffentlichen Auszählung. Ich finde, das ist irgendwie bei uns Piraten so und ich finde das gut so. Dass jeder guckt und sagt, war das deine? Können wir uns ein bisschen so an die Reden? Das kann man nicht durch die Auszählung auszählen. Das kannst du formell nicht lösen. Ja, das löst man bei geheimen Wahlen dadurch, dass man halt das gleiche Papier benutzt, den gleichen Ausdruck. Wie hier in Düsseldorf ja inzwischen auch bekannt ist, müssen die Zettel die gleichen Größe haben. Kann helfen, so oder so. Und zusätzlich müssen natürlich selbstverständlich die gleichen Stifte genutzt werden. Es macht jetzt also keinen Sinn, mit dem persönlichen Kugelschreiberlein das Ganze auszufüllen. Von daher würde der Ingo sich bestimmt anbieten, ein Tütchen wunderbare, einheitliche Kugelschreiber mitzubringen. Das wäre an der Stelle die einfachste Lösung. Jegliche Versuche nachzuverfolgen, welcher Zettel von wem ausgefüllt wird, sind natürlich zu unterlassen. Ja, ich denke auch. Also ich habe Björn schon angesprochen, der netterweise sich gleich um die Wahlzettel kümmern wird, der auch besonders darauf achten wird, dass die alle die gleiche Größe haben. Und wenn wir jetzt gleich mit einheitlichen Kugelschreibern arbeiten, die glaube ich gerade Ingo schon besorgt, bin ich recht zuversichtlich, dass wir eine anonymisierte Wahl hinbekommen, die trotzdem von jedem hinterher, wenn er mag, nachgezählt werden kann. Gut, dann sehe ich das soweit als geklärt. Ich sehe auch keine weiteren Wortmeldungen mehr. Dann übergebe ich jetzt an unseren Wahlleiter Dannebord. Bitte schön. Ja, wir wählen dann, denke ich mal, zunächst den Geschäftsführer. Ist das richtig? Und als ersten Schritt. Und dann frage ich mal, wer denn sich zur Verfügung stellt als Kandidat. Alle. Alle. Alle? Ach ja, richtig, die Wahlordnung. Wer widerspricht denn? Ich muss alle abfragen. Ich möchte dann die einzelnen Mitglieder der Fraktion fragen, ob sie bereit sind zu kandidieren. Ich fange mal links von mir an und gehe die Reihe rum. Genau. Olli. Eigentlich steht jeder zur Wahl. Ich frage dich, ob du bereit bist. Aber ich ziehe nicht zurück. Nee, ich ziehe zurück. Du ziehst zurück. Und Nico? Okay. So was wählen wir jetzt? Geschäftsführer. Halle-Huntarischer Geschäftsführer. Frage ist, ist der Protokollant so weit, dass du es mitschreiben kannst? Wer sagt nö? Nico, ziehst du deine Kandidatur zurück? Oder du ziehst nicht zurück, du kandidierst? Ja. Gut. Daniel Düngel. Überleg noch, nein, ich möchte nicht kandidieren. Daniel möchte nicht kandidieren. Kai kandidiert auch nicht. Kai auch nicht. Krampi. Ja, doch, ich würde mal kandidieren. Ja. Dirk Schatz. Nein. Äh, Birgit. Nein, ich kann nicht zurückziehen. Birgit kandidiert nicht. Toso. Nein, der Toso kandidiert auch nicht. Schade. Äh, Simone. Nein, ich kandidiere nicht. Olaf. Ich kandidiere auch nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Nein. Dann haben wir zwei Kandidaten. Nico und Krampi. Michelle. Ach so, Michelle, kandidierst du für den parlamentarischen Geschäftsführer? Nein, sagt er. Danke, dass du mich denkst. Normalerweise fehlt denn noch jemand. Normalerweise ist es jetzt so, dass alle die... Du selbst. Ich selber kandidiere auch nicht. Nein, ich bin ja Wahlleiter. Ich kann nicht kandidieren. Doch, du könntest schon. Nein, als Wahlleiter kann ich nicht. So, jetzt diskutieren wir das nicht aus. Ähm. Ich habe aber einen Hinweis, der kommt nicht. Ja. Mache die Mikro an. Wie erfahrungsgemäß eigentlich jeder meiner Hinweise. Ähm. Geht's euch auch gut? Herr Präsident. Ich habe euch auch total lieb. Ähm. Der Frank und der Daniel Fehlen. Ja, genau. Soweit ich weiß, haben wir keine schriftliche Erklärung von denen, dass die ihre Kandidatur zurückziehen. Ist das richtig oder liegt dem Fraktionsvorstand da was vor? Das macht nichts. Das heißt, wir sind automatisch Kandidaten. Ich bitte, das einfach nur auf dem Wahlzettel entsprechend zu berücksichtigen. Wenn jedes Mitglied der Fraktion automatisch Kandidat ist und seinen Rücktritt von einer Kandidatur ausdrücklich erklären muss. Das hatte ich ja eben abgefragt. Jetzt kann ich die beiden eben nicht abfragen. Nein, 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 die Wahlordnung ist anders. Ich gehe einfach mal, ja. Alle anwesenden, alle anwesenden Mitglieder der Fraktion stehen bei der Personenwahl automatisch zur Wahl. Zusätzlich können verhinderte Fraktionsmitglieder vor der Wahl ihre Kandidatur erklären. Liegt eine schriftliche oder mündliche, ist ja egal, also mündlich reicht ja, liegt eine Erklärung dieser nicht anwesenden Personen vor? Ich glaube, die meisten anwesenden haben das auch gelesen. Das ist nicht leider nicht. Ich möchte einfach nur mich bedanken beim Oliver, dass er das endlich mal außer Michelle und mir jemand in die Satzung geguckt hat und in die Wahlordnung. Vielen Dank, Oliver. Also das zeigt sich mal wieder, das Lesen der Wahlordnung erleichtert die Rechtsfindung sozusagen. Es stimmt in § 3 Absatz 2 der Personenwahlen steht es so, wie Olli das eben dargestellt hat. Das heißt, wir haben zwei Kandidaten, Nico Kern und Marc Olejag. Der Herr mit dem Hut. So, dann bräuchten wir Stimmzettel, auf denen die beiden stehen. Oder gibt es noch eine, wird noch eine Befragung gewünscht vielleicht der Kandidaten? Hat irgendjemand Fragen an die Kandidaten? Ja, bitte. Toso meldet sich auch. Herr Simone ist gerade dabei, das technisch zu lösen. Machst du bitte dein Mikro an? Lieber Grumpy, bleibt es dabei, dass für den Fall, dass du gewählt wirst, erstens habe ich mich gemeldet, zweitens ist der Wahlleiter jetzt gerade hier am Topf. Ich habe ihn herangenommen. Toso kommt dann gleich als Zweiter. Entschuldigung, dann habe ich auch gesehen. Bleibt es dabei, lieber Grumpy, dass du die Aufrechterhaltung deiner Posten in den Ausschüssen, sprich Petitionsausschuss und Europaausschuss mit einer Wahl aufgeben wirst? Aufgrund der vermehrten Arbeitsbelastung dieser Position würde ich empfehlen, von vornherein, dass ich dann nur noch den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss, QA1, BLB, mache. Und ich würde dann darum bitten, dass sich sozusagen direkt zwei andere Kandidaten für die Übernahme der Sprecherfunktion im Petitionsausschuss und für die Sprecherfunktion des Europaausschusses finden. Daran hängt meine Kandidatur. Darf ich eventuell mal diese Rednerliste? Ist ja egal. Toso ist dann dran. Das ist so lieb. Bevor wir jetzt hier wild durcheinander fragen und irgendwas vorherklären, nacherklären, wie auch immer, fände ich schön, wenn jeder der Kandidaten mal zu einem Eingangsstatement die Gelegenheit hätte. Das würde mich freuen. Vielleicht nimmt die eine oder andere Frage auch vorweg. Könnte ja sein. Entschuldigung. Ja. Könnt ihr beiden euch dann, wenn ihr ein Statement machen wollt, einigen, wer anfängt oder müssen wir das auslosen? Dann fängt die Kippo an, wenn ich das richtig sehe. Wenn es okay ist. Ich will dich nicht trollen. Ich weiß. Das gehört zum Programm. Ich habe euch ja gestern so ein bisschen meine Gemütslage geschildert bei unserem Treffen und habe danach auch noch Gespräche geführt. Grundsätzlich, ich bin aus der Klausurtagung mit einem guten Gefühl rausgegangen und ich glaube, dass wir dort viel Grundlagen geschaffen haben, wie wir gemeinsam weitermachen können und ich stehe für die Position hier ein, möchte mich hier anbieten, dass wir diesen Weg, der sich dort andeutet, in der Weise fortführen, wofür ich eben, seit wir hier im Landtag sind, auch einstehe. Und ich möchte jetzt nicht, dass hier der Eindruck entsteht, ja, da wird viel, er erzählt viel, aber wenn es darauf ankommt, duckt er sich weg oder so. Deswegen, ganz klar, ich stehe hier dafür ein und möchte eben, würde mich freuen, möglichst viel Unterstützung zu bekommen, um eben auch den Worten dann Taten folgen lassen zu können. Ich weiß aber auch, dass es dafür eben einer breiten, breiter Unterstützung innerhalb der Fraktion bedarf, um diesen Weg dann tatsächlich auch erfolgreich gehen zu können. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie der heutige Tag dann hier ausgeht. Wenn noch Fragen sind, stehe ich noch weiterhin zur Verfügung, aber dann würde ich jetzt den guten Grumpy die Gelegenheit geben. Genau, hattest du genug Zeit, dich vorzustellen? Also, ohne das jetzt langatmig wiederholen zu wollen, ich sehe das nämlich genauso wie Nico, die Klausurtagung und das gestrige Treffen, was wir kurzzeitig nochmal anberaumt hatten, auch wenn es nicht öffentlich war, leider, hat mich halt dazu geführt zu sagen, doch, ich will das machen, ich will mithelfen bei der Organisation innerhalb der Fraktionen. Und die Fußstopfen, die Moni und Toso und auch Frank Herrmann zwischendurch hier hinterlassen haben, sind verflucht groß. Und ich gehe mal davon aus, dass wir hier jetzt gleich ein vernünftiges Ergebnis entweder zwischen Nico oder mir hinkriegen, denn ich glaube, wir ducken uns da beide nicht weg. Wenn ihr Fragen habt, fragt. Okay, bevor wir dann weiter in die Befragung gehen, möchte ich jetzt gerne noch jemanden haben, der sich bereit erklärt, die Stimmzettel herzustellen, die wir brauchen. Am besten nicht vielleicht jemanden, der hier unten im Erdgeschossenbüro hat und die Stimmzettel machen kann. Auf seinem Drucker. Björn, wir hatten ja eben drüber gesprochen. Ich habe die schon nach oben gemeldet, nach der Druck die gerade. Alles klar, danke. Ja, wenn dann jetzt noch Fragen an die Kandidaten sind, Daniel Düngel steht auf der Rednerliste, bitte, Daniel. Ich wollte noch ein paar Wahlordnungstricks erzählen. Ich habe eine Frage an Nico. Einfach nur, weil wir das bei Grumpy ja gerade schon besprochen haben, wie das sich mit Ausschüssen etc. verhält. Auch an dich die Frage dann, Nico, von dem, was du bislang in der Fraktion machst, ob sich da Änderungsbedarf bei einer eventuellen Wahl ergibt. Ich habe das ja auch schon gestern gesagt, die Themen liegen mir am Herzen und möchte die hier auch im Landtag so weiterführen. Ich denke, es ist insofern eine gute Gelegenheit, das zu testen, weil wir in absehbarer Zeit sowieso Neuwahlen haben. Sollte sich für mich herausstellen, dass ich das nicht leisten kann. Das ist in der Tat eine Herausforderung und ich bin da selber gespannt, ob das geht. Aber ich bin bereit, mich auf dieses Experiment einzulassen. Wenn ihr das auch seid, dann, wie gesagt, wisst ihr, wo ihr das Kreuz machen könnt. Und dann wird man sehen, ob das tatsächlich funktioniert und kann das dann auch, wenn es nötig ist, im Juni revidieren. Danke, Nico. Toso hatte eine Frage. Genau. Zwei Fragen an beide Kandidaten. Zum einen möchte ich gerne wissen, was für euch jetzt der erste Schritt wäre, nach der Wahl jeweils zu tun. Was wäre so das Erste, was ihr euch beide vorstellt, zu tun? Zum Zweiten hätte ich gerne gewusst, wie würdet ihr den Auftrag der Fraktion grundsätzlich interpretieren? Wir haben da jetzt keine genaue Aufgabenbeschreibung an der Stelle, sondern wir überlassen das ja denjenigen, das Ganze zu interpretieren. Wir haben da jetzt keine Schranken gesetzt, sondern sagen dann lieber hinterher, nee, die Entscheidung war nicht so gut und ziehen die wieder zurück. Da hätte ich gerne gewusst, wie ihr das interpretiert. An beide. Welche Reihenfolge ist mir egal. Danke, Toso. Da Nico ja eben zuerst bei der Vorstellung dran war, nehme ich jetzt Krampi als Ersten dran zur Beantwortung der Fragen. Ja, vielen Dank für die Frage, gerade in diesem Fall, weil du hattest das ja angemerkt. Also als erstes würde ich ja vorschlagen, dass man vor allen Dingen Moni bittet, sozusagen den zukünftigen PGF dann mehr oder weniger erst mal an die Thematik heranzuführen. Ganz, ganz wichtig, genauso den gesamten Rest des Vorstandes. Wir haben ja noch die Sondersituation mit unserem Fraktionsgeschäftsführer obendrein. Das ist meines Erachtens nach der simpelste Schritt an die Herangehensweise für die zukünftige tagtägliche Arbeit. Komm, den Dienstag steht ja schon, ist ja Antragsdienstag, wie wir ja auch alle wissen. Und was wolltest du noch wissen? Also den grundsätzlichen Auftrag sozusagen, der ist ja mehr oder weniger, du selber sagst, der ist nicht innerhalb der Fraktion definiert. Innerhalb des Parteiengefüges in Deutschland, auch in diesem Land, ist es ja grob definiert, sage ich mal, als, wie soll ich sagen, politischer Strippenzieher negativ betrachtet. Ich würde mal sagen, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir diese Aufgaben und diese Funktionen auch für unsere Basis und für die anderen Bundesländer überhaupt auch mal gemeinsam ausarbeiten. Da muss ich nämlich ganz ehrlich sagen, da bin ich ganz bei dir, das fehlt. Es ist zwar definiert, es gibt auch diverse Studien dazu, aber letztlich aus Sicht der Piraten, für die Piraten, ist das noch gar nicht so richtig existent. Das heißt also, es ist mehr oder weniger, trotz alledem, ein großes experimentelles Feld, was wir mal beackern können. Also ich sehe uns da schon auch in der Pflicht, das ein bisschen zu dokumentieren. Danke. Dann Nico. Als erstes ist ganz klar, dass der organisatorische Bereich nochmal einer genauen Überprüfung bedarf, insbesondere Verstärkung. Rampi hat es schon angesprochen, die Position des Fraktionsgeschäftsführers fehlt jetzt effektiv seit über längere Zeit. Das hat Moni versucht zu kompensieren. Ich weiß, dass es wahrscheinlich so gut an der Stelle alleine nicht hinkriegen würde. Deswegen bin ich darauf angewiesen, dass dort an der Stelle sozusagen nachgebessert wird und versucht wird, da jetzt eine schnelle Lösung hinzukriegen. Ich glaube, das ist auch für die Gesamtarbeitsweise entscheidend, weil ich wage mal die Prognose, niemand kann diese Doppelrolle auf längere Zeit alleine ausfüllen. Das ist einfach too much. Und dann würde ich natürlich auch nochmal intensive Gespräche mit Betriebsrat führen, wo es im Moment auch eine neue Entwicklung ist, die sehr entscheidend für das Funktionieren der Fraktion ist, wo man eben gucken muss, wie kriegt man hier einen vernünftigen Arbeitsmodus hin. Das ist ja sozusagen nochmal ein Wiederdurchlaufen, das, was wir als Fraktion durchlaufen haben, alles neu. Und das ist jetzt nochmal ein wesentliches Element, was dazugekommen ist, wo auch erstmal alles wieder neu durchdacht und geschaffen werden muss, was viel Arbeit erfordert, was Moni für die Fraktion gemacht hat, liegt jetzt da ja auch nochmal neu an. Das ist ein wichtiger Prozess und da möchte ich eben, dass da so keine unnötigen Reibungsverluste, wie auch immer, auftreten. Das liegt mir sehr, sehr am Herzen. Und wie ich den Auftrag der Fraktion verstehe, was ich jetzt aus der Klausur auch mitgenommen habe, ist, dass wir einen Lernprozess durchlaufen haben. Und dass es wichtig ist, dass wir auch die weitere Entwicklung, den weiteren Lernprozess gemeinsam gehen. Daran liegt mir sehr viel. Ich glaube, das ist eine wahnsinnige Chance, sich auch ergibt, vor allem durch die Ereignisse der letzten Woche rund um Daniels Äußerung. Und daran würde ich gerne anknüpfen, weil sich gezeigt hat, wenn wir brauchen diese Erfolgserlebnisse, ich sage mal Lernerfolge, dass wir sehen, okay, so kann das funktionieren. Und daran ist mir sehr, sehr gelegen, dass wir das alles gemeinsam machen, dass wir auch auf der Tafel, die Moni mit bearbeitet hat, Erfolge schaffen im Landtag. Ich glaube, das wäre genau das Richtige für unseren weiteren Weg. Danke, Nico. Gibt es weitere Fragen? Es hat sich niemand gemeldet. Dann warten wir jetzt auf Stimmzettel und Urne und dann kann die Wahl losgehen. Haben wir so etwas wie eine Wahlurne, Schuhkarton oder ähnliches? Geh bitte an ein Mikrofon und mach das an, damit man das im Stream auch schön hören kann. Wir haben ja jetzt von den Kandidaten schon viel gehört, was ihre Vorstellungen angeht in der Zusammenarbeit mit der Fraktion, mit dem Parlament. Nico hat auch netterweise den Betriebsrat angesprochen, aber der Betriebsrat ist ja in dem Sinne auch nur ein Gremium, das gerade jetzt dann Fälle vertritt, wenn Mitarbeiter an ihn herantreten. Grundsätzlich beinhaltet die Position des Parlamentarischen Geschäftsführers aber generell eine große Personalverantwortung. Von der habe ich jetzt noch nichts gehört. Ich wüsste jetzt eigentlich mal gerne, was ihr euch vorstellt, welche Voraussetzungen ihr mitbringt, um Personal führen zu können, welche Erfahrungen ihr dort mitbringt und ob ihr euch darüber auch schon Gedanken gemacht habt, wie ihr jetzt generell unabhängig vom Betriebsrat mit dem Personal und mit den Mitarbeitern hier umgehen wollt. Ja, ich moderiere. Ich würde dann diesmal Nico wieder als Ersten dran nehmen zur Beantwortung der Frage. Ja, du hast natürlich vollkommen recht. Das ist sehr wichtig für das Gesamtbetriebsklima, also für das Fraktionsklima hier, dass einerseits die MDL gut zusammenarbeiten, aber eben auch die Mitarbeiter mitgenommen werden, mitziehen, alle möglichst. Ja, das habe ich ja eben auch versucht, weil mir das klar zu machen. Deswegen habe ich es explizit angesprochen. Ich sehe es allerdings nicht so, wie du es gerade zumindest formuliert hast. Der parlamentarische Geschäftsführer ist nicht in meinen Augen, nicht in erster Linie für die Personalführung verantwortlich. Das gehört mit zu dem Bereich, wo ich sage, das sind Doppelbelastungen, die einer alleine auf Dauer nicht aushalten kann. Sondern dafür wurde in unserer Organisation eine extra Stelle geschaffen. Und die Lösung darauf habe ich dir schon hier gesagt. Aber natürlich muss jetzt, solange diese Lösung nicht gefunden ist, damit umgegangen werden. Und glaub mir, ich werde da alles Erforderliche tun, was in meiner Macht steht. Und die Bereitschaft habe ich dir ja signalisiert, da alles auf die Kette zu kriegen, was nötig ist. Und zur Personalverantwortung, ja, hatte ich, aber nicht natürlich in dem Maße, ich weiß nicht, wer von euch schon mal mittelständisches Unternehmen aufgebaut und geführt hat. Okay, mag sein, ich nicht, aber im kleineren Umfang, ja, hatte ich auch Personalverantwortung. Danke, Nico. Grampi? Wieder ohne mich da jetzt wiederholen zu müssen, ich kann mich da jetzt voll und ganz nur Nico anschließen. Gerade auch die anstehende Doppelbelastung, wie gesagt, der Fraktionsgeschäftsführer ist ja mehr oder weniger hauptsächlich in der Theorie für den Bereich der Personalverantwortung zuständig. Aber nichtsdestotrotz, ich sehe da auch den gesamten Vorstand momentan definitiv in der Pflicht, er war es auch schon vorher. Mir ist es wichtig, auch den Draht zu möglichst vielen der Angestellten von vornherein aufzubauen. Ich glaube, den habe ich auch schon mehr oder weniger im Vorfeld, oder hat eigentlich jeder von uns schon zu allen Angestellten mehr oder weniger aufgebaut. Von daher sehe ich da jetzt nicht die Gefahr, dass hier Angestellte, wie soll ich sagen, hinten überfallen oder vernachlässigt werden, im Übrigen, egal ob ich oder Nico das machen würden. Da denke ich mal, sind wir auch ziemlich konform. Was meine persönlichen Voraussetzungen betrifft, ist es so, dass ich im beruflichen Leben im Vorfeld ja schon so ziemlich jede Phase einmal durchgemacht habe. Also von der Arbeitssuche, ALG1, bis hin zum Aufbau einer neuen Filiale von irgendeinem drucktechnischen Unternehmen zusammen mit anderen Angestellten und auch nur als einfacher Angestellter. Also jede Stufe war da mal so mit drin und ich glaube, ich kann, ich scheue mich nicht davor, halt sozusagen auch den Dreck mit anzupacken, wenn wir ein Problem haben. Ganz entspannt. Danke, Grampi. Die erste Viertelstunde für diesen Tagesordnungspunkt ist gleich um. Ich würde dann gerne Zustimmung haben zu einer weiteren Viertelstunde für den Tagesordnungspunkt 3 Wahl des PGF. Also bitte, wer uns eine weitere Viertelstunde, wer uns eine weitere Viertelstunde gönnen möchte für diesen Punkt, der hebe jetzt bitte die Hand. Ich glaube, es ist eine Winderheit. Ja, ich sehe schon, das ist eine Mehrheit. Damit können wir also dann mit der Wahl fortsetzen. Danke. Gibt es denn weitere Fragen an die Kandidaten? Dann kann ich jetzt sagen, dass wir laut Wahlordnung eine geheime Wahl durchführen werden. Ich habe hier die Stimmzettel vorbereitet. Und wir machen Approval Voting, also Wahl durch Zustimmung. Das heißt, wer beide Kandidaten gut findet, kann auch beide ankreuzen. Wer einen deutlich besser findet als den anderen, kreutzt dann eben nur einen an. Und wer keinen gut findet, kreuzt dann eben keinen an. Das ist in aller Kürze das Wahlverfahren. Kein Score-Roting, nein, machen wir nicht. Wir machen ein reines Approval. Dann verteile ich jetzt die Wahlzettel. Da es ja immer so schön heißt, man zaubert einen neuen Geschäftsführer aus dem Hut, würde ich vorschlagen, als ohne Grampi zuzunehmen. Einer der seltenen Momente. Und dann fangen wir jetzt einfach an. Weißt du noch mal darauf hin, dass wir es einheitlich falten? Also einmal zu und dann noch, dass jeder... Ja, bitte, die Stimmzettel nach Abgabe der Stimme, also nach Ankreuzen zweimal falten. Krampi? Ganz kurz fürs Protokoll. So schön, das wäre mit dem Hut. Das Ding ist nicht blickdicht. Ich weiß aber, dass unser Betriebsrat... Ich weiß, dass unser Betriebsrat zufälligerweise eine Urne besitzt. Jetzt wäre die Frage... Ja, nicht besitzen, also... Ich höre gerade, dass sie bei dir im Büro steht, Grampi. Es wird also eine ordentliche Urne beschafft, da Grampi sagt, sein Hut sei nicht blickdicht. In der Zwischenzeit verteile ich dann schon mal die Stimmzettel. Danke. 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 Dann erkläre ich jetzt die Wahl für eröffnet. Ihr könnt auch Kreuze machen. Dann die Stimmzettel doppelt falten und in die Urne tun. Müssen wir uns irgendwie ausweisen an der Urne? Wir wissen, wer die MDL sind. Das haben wir nach ungefähr zwei Jahren jetzt inzwischen rausgefunden, wer die MDL sind. Dann ernende ich noch eben formell Jens Ballerstütt zum Wahlhelfer. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Krampi ist gerade draußen. Der kommt gleich wieder rein, dann warten wir. Er hat vor mir auch schon gekonnt. Er holt sich... Wir warten, bis Krampi wieder da ist, damit wir ganz sicher sein können. Keinen Anfechtungsgrund liefern ohne Not. Er hat vor allem... Er hat vor allem... Vielen Dank. Grampi ist wieder da. Grampi, hast du deinen Stimmchattel abgegeben? Ja, ja, ich möchte es von dir hören. Dann haben also alle, die wählen wollten, auch gewählt. Dann kann ich den Wahlgang schließen und wir schreiten zur Auszählung. Du kannst sie beöffnen, die Wahlurne und zählen aus. Die Wahlurne und zählen, die Wahlurne und zählen aus. Die Wahlurne und zählen, die Wahlurne und zählen aus. Die Wahlurne und zählen, die Wahlurne und zählen aus. Dann ist das spannend. Nico ja, Grampi nein. Beide ja. Nico, Grampi nicht. Einmal nur Grampi. Grampi. Einmal Nico. Nico. Beide. Keiner. Beide. Grampi. Grampi. Beide. 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 Sieben. Acht. Neun. Neun. Zehn. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Wir haben ein Ergebnis. Es gab 17 gültige Stimmzettel. Auf Krampi empfehlen 9 Stimmen und auf Nico 12. Herzlichen Glückwunsch Nico zur Wahl. Keine Sorge, ich will euch nicht den Vormittag unnötig verkürzen, klauen. Ich muss sagen, ich war gerade doch ein wenig aufgeregt. Das hatte ich gestern, gestern war ich da ganz entspannt, heute Morgen auch noch. Und jetzt eben merkte ich doch, das ist doch nicht so. Auch wenn man schon viele Wahlen mitgemacht hat, so ganz locker nimmt man das dann doch nicht. Vor allem, weil ich ja auch weiß und wir alle wissen, was damit jetzt verbunden ist und die Fußstapfen wurden jetzt schon mehrfach angesprochen. Und ich bin mir dessen wohl bewusst und ich hoffe, das ist jetzt wirklich die Kernmessage, die ich hier raushauen möchte. Wir können das nur zusammen stemmen. Da bin ich mir ganz sicher und ich möchte hier keinen auf dem Weg verlieren. Und da muss auch keiner Sorge haben, dass ich jetzt mit dieser Klausurtagung und mit diesen Schlagwörtern im Rücken meine, davon zu galoppieren. Also da müssen wir noch viele Gespräche führen und ich bin dazu bereit und freue mich erst mal auf die nächsten fünf Monate und dann schauen wir weiter. Vielen Dank. Danke, Nico. Dann ist dieser Tagesordnungspunkt beendet. Moment, ich habe jetzt, ach, Wahl der PGF, Entschuldigung, das habe ich vergessen. Ja, wir müssen auch ein Stellvertreter wählen. Dann, Top 2 Punkt, 3 Punkt 2. Wahl des stellvertretenden PGF, da frage ich wieder die einzelnen anwesenden MDL ab. Möchtest du kandidieren? Ich ziehe nicht zurück. Du ziehst nicht zurück, das heißt, wir haben einen Kandidaten. Nico, glaube ich, möchte zusätzlich noch einen zweiten machen. Daniel Düngel? Nein? 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 Ich ziehe nicht zurück. Gut. Ich ziehe zurück. Ja? Berit? Nein. Nicht zurück. Nein, du ziehst nicht zurück? Nein, ich ziehe zurück. Ach so, okay. Entschuldigung. Ich stehe nicht zur Wahl. Gut. Ich stehe auch nicht zur Verfügung. Ich auch nicht. Michel? Stefan? Ich ziehe zurück. Nein. Das heißt, ihr zieht alle drei nicht zurück und steht zur Wahl? Ich ziehe zurück. Ihr zieht alle zurück. Gut, okay. Dann haben wir jetzt den Oliver und den Grampi. Und? Daniel? Nein, nicht. Nein. Daniel hat zurückgezogen. Dann machen wir dasselbe Verfahren wie eben. Simone hat eine Bemerkung? Nein, ich habe keine Frage. Eine Frage? Ja? Bitte, Simone. Oder gibt es jetzt erst wieder Eingangsstatements? Sonst hätte ich direkt eine Frage. Vielleicht sollte der Oliver ein Eingangsstatement mal machen. Der Grampi kann ja auch ein Eingangsstatement machen. Vielleicht möchte er das jetzt anders handhaben als vorher. Gut. Also ich habe leichtsinnigerweise im Nico auch gesagt, dass ich ihm sozusagen als Händchen zur Verfügung stehen würde. Ich glaube, er würde auch Mark nehmen. Insofern stelle ich mich ja auch hier zur Verfügung. Ich glaube, wir haben eine große Aufbauarbeit gemacht im ersten Drittel unserer Legislaturperiode. Jetzt kommt das zweite. Und ja, da müssen wir, glaube ich, vor allem, und das ist sozusagen neben dem, was anfällt, was als Arbeit übrig bleibt im Vorstand, ist meine Agenda, die Informationen und das, was wir hier innen tun und das, was wir machen und die Kompetenzen, die wir aufgebaut haben, alles nicht nur nach außen, sondern auch nach innen zu tragen, also innen und außen die Informationen besser aufzubereiten und innen und außen dafür zu sorgen, dass jeder weiß, was wir tun, wie wir das machen, warum wir so cool sind, warum wir so schön die Politik ändern und die Klammer des Ganzen zwischen MBL, Mitarbeitern, Basis und Öffentlichkeit ist meiner Meinung nach kein Regelwerk, wo wir immer noch eine Regel dazufügen, weil irgendwo was nicht funktioniert, sondern meiner Meinung nach vor allem Vorleben und Informationen und dass alle Bescheid wissen und beziehen können, weil sie motiviert sind, nicht weil sie geregelt sind. Danke, Oliver. Und bevor ich Krampi frage, ob er auch noch ein zweites Statement abgeben möchte, muss ich eine weitere Viertelstunde Zeit beantragen. Hat jemand etwas dagegen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Damit können wir fortsetzen. Und Krampi, wenn du möchtest, kannst du auch noch ein Statement abgeben. Ja, vielen Dank für die Möglichkeit. Nicht, dass es dann heißt, ich würde halt das nur machen, um den Vorsitz zu machen. Deswegen sage ich halt, alles das, was ich gerade sagte, gilt weiterhin und ich mache auch gerne stellvertretend bei der ganzen Sache mit. Danke, Krampi. Dann hatte Simone eine Frage. Ja, nochmal, um das hier zu klären. Es wäre jetzt so, wenn du stellvertretender würdest, wäre das genau die gleiche Sachlage, dass du nicht mehr, ich weiß nicht mehr genau, es war Petitionsausschuss, nicht mehr machen würdest und da war noch ein weiteres? Oder würdest du sagen, ich mache jetzt die Ausschüsse weiter, weil ich bin ja in Anführungszeichen nur PGF? Ich bin der Meinung, dass ich dann als Stellvertreter ganz normal meine bisherige Ausschussarbeit weitermachen kann. Das heißt, ich würde keinen der anderen Ausschüsse abgeben. Danke, Krampi. Weitere Fragen? Ich sehe zwei Meldungen. Wer von euch warst du zuerst? Der Nico hat ja gerade in klaren Worten die Rolle des PGF als, ich sage mal, eher politische Funktion bestimmt und hat auch noch mal darauf hingewiesen, dass mit einem ausgefallenen Fraktionsgeschäftsführer die Arbeit sehr, sehr schwer wird. Wenn der Nico jetzt seinen politischen Raum bekommt in der Vorstandsarbeit und in der Arbeit als PGF, wie seht ihr beide euch in der Ergänzung zu dieser Definition von Nico? Das wäre meine Frage. Krampi als erster dann. Stellvertretend als Ergänzung zu Nico sozusagen hat jeder seine persönliche Auffassung letztendlich. Also wir können ja immer nur gucken, inwieweit wir im Konsens innerhalb der Fraktionen agieren und interagieren. Und in der Hinsicht, ich hatte es auch schon gestern im Vorfeld gesagt, ich habe kein Problem damit, auch im Nachhinein oder parallel dazu meine eigene Meinung mal hinten anzustellen oder sozusagen über Bord zu werfen. Das würde bedeuten, dass man nichtsdestotrotz, wenn es einen kritischen Punkt gibt, dass man mal anderer Meinung als Nico sein kann. Aber man ist trotzdem nur Stellvertreter. Aber ich gehe mal davon aus, dass Nico genug Intelligenz besitzt, das halt auch zu akzeptieren. Also ich sehe da überhaupt kein Problem. Danke, Krampi. Und Oliver? Ich glaube, die politischen Aufgaben, die direkt umgesetzt, also für die man einstehen muss, dass man sie umsetzt, das betrifft hauptsächlich den parlamentarischen Geschäftsführer selbst. Weil er derjenige ist, also nicht ein Stellvertreter, weil er im Wesentlichen derjenige ist, der mit einer anderen Fraktion spricht. Und für alles andere haben wir dich. Joachim? Also was heißt alles Hammer, Hammer, ich, das ist natürlich falsch. Muss natürlich jeder, 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 jeder Abgeordnete muss das natürlich umsetzen. Aber in der Pflicht stehen, sozusagen das zu tun, sehe ich den Stellvertretern nicht. Also nicht deutlich mehr, als das bei den anderen Abgeordneten der Fall ist. Ich sehe das vor allem als organisatorischen Job, beziehungsweise natürlich, wenn ich gesagt habe, meine Agenda ist es, dass durch Vorbild und Information alles zu machen, dann hat das natürlich auch einen politischen Hintergrund. Danke, Oliver. Ich glaube, dass ich das mit meinen jetzigen Ausschüssen vereinbaren kann. Und das dürfte nicht das Problem sein. Wir alle wissen, man kann auch in Ausschüssen und sonst was hier und dort weniger und mehr tun. Man kann hier und dort mehr und weniger machen. Dazu muss man keinen Ausschuss abgeben. Wenn es um zukünftige Sachen geht, wenn wir zum Beispiel noch 37 Untersuchungsausschüsse haben, werde ich vielleicht dann einen weniger nehmen, als ich sonst genommen hätte. Danke, Oliver. Gibt es weitere Fragen? Dann warten wir jetzt auf die Stimmzettel für die Wahl zum stellvertretenden PGF. Die Vorgehensweise bei dieser Wahl ist genauso wie bei der Wahlheben. Geheime Wahl. Stimmzettel zweimal falten. Approval voting. Ich höre gerade, die Stimmzettel sind unterwegs. Es kann sich nur noch um Tage handeln. Ich höre gerade, die Stimmzettel sind unterwegs. Ich höre gerade, die Stimmzettel sind unterwegs. Stimmzettel sind angekommen und ich verteile sie jetzt. Ich höre gerade, die Stimmzettel sind unterwegs. Ich höre gerade, die Stimmzettel sind unterwegs. Wir haben ja eben schon gesehen, die Urne ist wieder leer. Wir können dann jetzt zur Wahl schreiten. Der Wahlgang ist eröffnet. Ich fühle mich in meiner geheimen Wahl hier sehr eingestellt. Ich höre gerade, die Stimmzettel sind unterwegs. Vielen Dank. Dann frage ich in die Runde, ob alle, die wählen wollten, ihre Stimme abgegeben haben und sehe keinen Widerspruch. Dann schließe ich die Wahl und wir fangen mit der Auszählung an. Das war nur einer, ne? Nur Olli. Einmal Grumpy, einmal Olli. Achso, okay. Also, gültig waren die eben übrigens alle. Ich weiß, deshalb mache ich ja meinen Strich. Okay, einmal beide. Wir sind ja auch nur 17, die wählen. Olli. Olli. Beide. 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 Grumpy. Grumpy. Olli. Beide. 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 Nochmal beide. Und nochmal beide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ist so knapp, dann erzählen wir nochmal durch, oder? Gucken wir nochmal die, wo nicht beide sind, wenn mein Ergebnis so knapp ist. Dann ist beide. Beide. Dann ist beide. Ja, sehr gut. Alles noch mal. Ja, ja. Alles noch mal. Okay. Okay. Das sind alle gut. Allige gut. Oder ihr gut. Oder ihr gut, wie ich schon. Oder ihr gut. Ja, alles. Vielen Dank. Vielen Dank. Grampi hat 12 auf sich vereinigt und Oliver 14. Also herzlich willkommen, Oliver. Danke schön, lieber Walwalter. Ihr wollt also wirklich diese Karten die ganze Zeit haben? Ich möchte nicht erklären dazu. Das will ich keine Erklärung zum Abstimmen machen. Das hat nichts mit der Erwartung. Das muss ich mir vorher fragen. Ihr habt jetzt als Präsidium ein kleines Präsidium. Der Schriftführer ist voller Sprung. Frau Grappi, gibst du jetzt einen Schriftführer vor? Wer macht eigentlich, wenn wir beide oben als Schriftführer sitzen, was natürlich nicht geht, weil einmal Regierung ist, aber egal. Wenn jetzt alle im Präsidium sitzen, wer macht dann eigentlich die Fraktion? Der Fraktionsvorsitzende. Dann übergebe ich wieder an Simone und mit meinem Wahlleiteramt dann erstmal los. Ich danke für die ordentliche und disziplinierte Durchführung dieser komplizierten Wahl. Dankeschön. Ja, der auch. Vielen Dank für die Wahlleitung. Wir kommen jetzt zum nächsten Top, der ist eingereicht worden von Toso. Und der heißt Besetzung des Kommunalausschusses. Und da würde ich den Toso bitten, dass er da vielleicht zwei warme Worte zu sagt. Ja, im Endeffekt kann man Top 4 und 6, interessante Nummerierung an der Stelle übrigens, auch zusammenziehen. Es ist ein bisschen schade, dass Frank aktuell jetzt gerade nicht da ist. Es geht halt darum, dass am, ich möchte den Top 5 an der Stelle kurz verbal zumindest vorziehen, dass am Freitag hier eine Ehrenamtskommission ins Leben gerufen wird. Da hatten wir abgestimmt, dass ich die besetzen sollte und Frank Stellvertreter machen sollte, wobei man uns das überlassen hatte, grundsätzlich bei der Diskussion und der Wahl dazu. Allerdings werde ich das aktuell nicht leisten können, allein aus familiären Gründen. Wir erwarten ja nochmal Nachwuchs. Und dementsprechend würde ich euch bitten, dem, also ich habe jetzt leider noch keine Rückmeldung von Frank, weil er ja noch gesundheitlich da in Mache ist quasi. Deshalb hätte ich gerne euer Vertrauen, sollte sich der Frank dafür entscheiden, das Amt wahrzunehmen. Und ich möchte ganz gerne, dass sich der ein oder andere Gedanken darüber macht, ob er nicht den Kommunalausschuss übernehmen könnte, da ich aus eben schon genannten Gründen zumindest im nächsten halben Jahr das zeitlich nicht schaffe. Ich habe das versucht. Die Diskussion dazu, wer den Kommunalausschuss besetzt, hat sich ja auch sehr lang hingezogen. Ich hatte dann gedacht, dass ich das durchaus mit übernehmen könnte, nachdem an mich sehr viel besprochen hat dazu. Nach dem Ausprobieren jetzt seit ein paar Monaten möchte ich sagen, nee, das schaffe ich nicht, ohne auf Qualität da zu verzichten. Und das möchte ich nicht. Deshalb möchte ich gerne, dass sich die Fraktion darüber Gedanken macht, wer das demnächst tun könnte. Also das Punkt 4 müssen wir nicht, also 4.1 inzwischen geändert, müssen wir nicht heute entscheiden. 4.2 in der Besetzung der Ehrenamtskommission hätte ich den Antrag, dass ihr euer Vertrauen auch dem Frank gebt als ordentliches Mitglied. Es sei denn, jemand möchte das auch unbedingt machen. Ist das nicht schlimm, dann macht da jemand Vertretung. Gibt es Wortmeldungen dazu? Grumpy. Toso, wenn ich dich jetzt gerade richtig verstanden habe, mehr oder weniger, also aufgrund der persönlichen Belastung. Also du würdest, oder du bittest uns jetzt gerade darum, sozusagen, dass wir jemand anderen für dich in den Kommunalausschuss schicken. Simpel? Simpel. Finde ich übrigens geil, dass keiner antwortet. Ich habe schon drei Ausschüsse. Ich würde es machen, aber ich würde es nicht schaffen. So viel von mir. Gut, ich habe Toso so verstanden, dass es nicht zwingend heute entschieden werden muss. Ich würde vielleicht noch mal bitten, ganz dringend, dass alle in sich gehen, wie viele Ausschüsse sie haben. Das heißt, wir müssen nicht in sich gehen, sondern das weiß ja jeder von sich. Und über die Arbeitsbelastung nachdenken. Es wäre schön, wenn sich jemand, der vielleicht nur einen Ausschuss hat, dazu entscheiden könnte, den Kommunalausschuss mitzutragen. Ich weiß, es gibt noch andere Sachen. Es gibt noch Kuratorien und PUAS und was weiß ich nicht. Aber bitte denkt da noch mal alle drüber nach. Ich glaube, es wird dem Toso sehr, sehr helfen. Danke. Bei der Ehrenamtskommission bittet der Toso darum, dass wir dem Frank da das Vertrauen aussprechen möchten, dass er diese Aufgabe übernimmt, weil er, wie ich hoffe, dir auch wirklich gesagt hat, dass er das macht. Nein, hat er nicht. Hat er nicht? Dann bitte ich dich noch mal um Erklärung. Also es ging darum, bei der ursprünglichen Beauftragung waren sowohl Frank wie auch ich dazu bereit, das als ordentliches Mitglied zu machen. Die Fraktion hat mich dann als ordentliches Mitglied gewählt und Frank als stellvertretendes Mitglied. Das war die Ausgangssituation dabei. Inzwischen gestaltet sich das bei mir halt etwas schwieriger vom zeitlichen Ablauf. Und von daher gehe ich eigentlich davon aus, dass der Frank weiterhin zur Verfügung steht. Ich habe aber aktuell noch keine Rückmeldung von ihm erhalten, weil er halt ja medizinisch gerade wieder aufgebaut wird. Komplett so. Das heißt, wir müssen jetzt gar nicht entscheiden. Doch, wir sollten jetzt entscheiden, dass wir auch dem Frank das Vertrauen geben. Ihm die ordentliche Mitgliedschaft. Er muss sie nicht annehmen. Das dachte ich, hätte ich damit zum Ausdruck gebracht. Gut, also dann frage ich mal, wer dem Frank gesetzt, dem Falle, dass er dazu bereit ist, dass das eben auch hauptlämpflich zu machen, sein Vertrauen aussprechen wird. Wir machen das einfach mit, wir machen das ganz einfach mal mit Widerständen. Wer hat Widerstand dagegen? Frank dahingehend, das Vertrauen auszusprechen, den bitte ich jetzt um die Widerstände. Ich sehe die maximale Zustimmung, nehme ich keinen einzigen Widerstand. Insofern haben wir in sein höchstes Vertrauen ausgesprochen. Oh, genau. Aber da ich jetzt nicht die Raute mache, bin ich da ganz zuversichtlich, dass das trotzdem hier alles gut wird. Einmal ganz kurz dazwischen, wenn der Tagesordnungspunkt fertig ist, dann haben wir noch etwas, aber nur für diejenigen, die sich das verdient haben. Dann machen wir das doch jetzt. Ich habe schon mal von der Fraktion Blumenstrauß bekommen, ich möchte keinen mehr. Der Letzte hat dazu geführt, dass man mir sagte, ich würde mit Blumen Krisenmanagement betreiben. Ich mache einfach mal weiter. Nein, ich bringe nicht meiner Frau mit. Eine Sache noch, ich möchte da eben was zu sagen. Ich kann Monis Reaktion völlig verstehen, mir ist das nicht gesagt worden, deshalb kommt jetzt auch nicht die gleiche Reaktion. Ich kann Monis Reaktion aber sehr, sehr gut verstehen. Und was ich wirklich möchte ist, egal ob man jetzt Nico und Olli gewählt hat oder nicht, aber die Unterstützung muss besser werden, als sie bis jetzt war. Das ist extrem wichtig. Und diese Hinterhergeschichten, die dürfen einfach nicht mehr passieren. Irgendwann muss man mit einem Ergebnis leben. Und wenn wir jemanden losschicken, damit er ein Ergebnis für uns holt, und wir geben vorher keine eindeutigen Signale, was er da zu holen hat, dann müssen wir verdammt nochmal mit dem Scheißergebnis leben. Ob uns das dann hinterher passt oder nicht. Dankeschön. Ich kann dir das nur ersparen. Du hast jetzt zwei. Nimm das als Auftrag. Ich glaube, wir kriegen das. Das klingt das gut. Okay. Olli. Danke dir. Ja, vielen Dank. Dann haben wir jetzt auch einen schönen, bunten Sitzungssaal. Finde ich gut. Kommen wir zum nächsten Top. Das ist, der ist eingebracht worden von Joachim. Berichte aus den AKs. Vielleicht möchtest du da noch einen Satz zu sagen. Berichte aus den AKs. Ich sage mal vorsichtig, so weit vorhanden. Wir hatten ja auch in der Fraktionsklausur über, ich sage mal, Voranmeldungen gesprochen. Ich würde halt gerne kurz wissen, wo irgendwas läuft und womit man in der nächsten Zeit zu rechnen hat. Wenn ihr mir sagt, das ist noch nicht fertig, wie auch immer, dann ist das auch in Ordnung. Ich finde, wir sollten uns kurz darüber verständigen. Und ich kann auch, um es leicht zu machen, mal mit dem AK3 anfangen. Dort werden demnächst ein paar Sachen eingebracht werden, die der AK3 alleine nur vorschlagen kann, die die Fraktion dann aber entscheiden muss. Und das sind Dinge, die eine gewisse Brisanz haben, wo man quasi, um jetzt draußen nicht irgendwelche, ich sage mal, politischen Mitkonkurrenten vorzuwarnen, diese Dinge mal in einer geschlossenen Runde behandeln sollte. Das wäre ein Hinweis aus dieser Richtung. Habt ihr noch andere aus den anderen AKs? Der AK4 hat ja nicht getagt. Der AK4 hat ja nicht getagt, weil wir ja gestern die außerordentliche Fraktionssitzung hatten. Ich kann auch sagen, dass der Umweltausschuss in diesem Monat nicht tagt. Und deshalb ist also, zumindest für den Umwelt- und Klimaschutz, Landwirtschaft, Verbraucherschutz auch erstmal nichts Aktuelles. Was tendenziell kommt, ist die kleine Novelle des Jagdgesetzes, die schon länger anliegt. Das ist das, was mir so aktuell am ehesten einfällt jetzt. Kurze Frage an Joachim. War jetzt deine Intention bei dem Tagesordnungspunkt, dass jetzt eben praktisch wie sonst bei den AK-Sitzungen Berichte aus den AKs kommen? Oder geht es bei dir darum, was ist eventuell schon in der Pipeline Richtung Antragsdienstags nächste Woche? Ja, wenn was in der Pipeline ist. Ansonsten so ein Hinweis, Jagdgesetz oder so, reicht mir an der Stelle dann aus. Und könnte man das auch irgendwie im Protokoll festhalten, weil es von mir hat. Entschuldigung, nochmal. Meins trage ich dann selber ein. Stichwort Jagdgesetz vom Hansjörg. Oliver? Ja, ich muss an der Stelle dann kurz ergänzen oder möchte an dieser Stelle ergänzen zum AK-4, weil er halt gestern nicht getagt hat. Sonst würden wir natürlich, nehme ich an, eine sehr gut aufbereitete Zusammenfassung immer geben. Demnächst, wir haben, soweit ich das überblicke, ich bin mir bei Wirtschaft da nicht ganz so sicher, gerade keine ganz konkreten Anträge in der Pipeline, also keine, die auf jeden Fall Freitag fertig sind. Wir haben alle im Bauern und Verkehr sehr, sehr viele Anhörungen in nächster Zeit. Und die wichtigste ist natürlich die Anhörung zur Verkehrsfinanzierung und ÖPNV, die wir eingebracht haben. Ich sehe keine, ich sehe eine weitere Wortmeldung. Dietmar. Ja, Koordinator AK-2, das ist der Matthias in dem Falle, ist ja nicht da. Ich will deswegen zum Bereich der Haushalt und Finanzen kurz einmal vortragen. Es gibt eine Anhörung demnächst zum von uns eingebrachten Änderungsantrag bezüglich des Sparkassengesetzes. Da sind wir noch dabei, Sachverständige zu eruieren. Einen haben wir, den anderen, den nächsten werden wir dann wahrscheinlich im Laufe des Tages noch haben. Für die Plenarsitzung ist im Bereich Schul- und Studienfonds noch vakant der allerdings von der Fraktion bereits beschlossene Entschließungsantrag, nach denen wir, Michel, wenn ich das einfach mal so einwerfen darf, vielleicht auch noch mal überarbeiten wollen und werden und das entsprechend natürlich auch kommunizieren werden. Darüber hinaus hatte ich ja, glaube ich, am Freitag schon mitgeteilt, dass der von mir beantragte Tagesordnungspunkt zu diesem Themenkomplex, Schul- und Studienfonds, was ja auch im letzten Monat recht für Furore gesorgt hat, im Haushalt und Finanzausschuss am 23. Januar in der Sitzung zugelassen ist, sodass wir dort auch noch mal den Bereich Vermögen des Landes Nordrhein-Westfalen thematisieren können. Und soviel an dieser Stelle dazu, zum AK2. Achso, und eins möchte ich doch noch erwähnen. Wir haben am 18. Dezember in der 46. Plenarsitzung des Landtags den Haushalt 2014 abgeschlossen und möchte mich im Nachgang dazu noch einmal herzlich bedanken, auch im Namen des HFA-Teams für die rege Teilnahme an den Beratungen in erster, zweiter und dritter Lesung. Allerdings nicht ohne zu erwähnen, dass mir persönlich die Beteiligung noch ein bisschen dünn war. Es ist besser geworden, aber ich würde mich freuen, wenn dann bei den Haushaltsberatungen zum Haushalt 2015, die sicher so nach der Sommerpause losgehen werden, die Beteiligung insbesondere auch von euch, liebe Kolleginnen und Kollegen, erheblich gesteigert werden könnte. Und sodass wir dann auch mit Zwischenschritten bis dahin, da wollen wir sicherlich im Bereich Haushalt und Finanzen noch mal ein bisschen was nachlegen, ähnlich wie auch schon im Bereich der Schuldenbremse. Und auch da müssen wir sicherlich noch mal darüber reden, auch unter Einbeziehung der Basis, sodass wir also das Profil, wie wir es auch auf der Klausurtagung, denke ich mal, ein bisschen herausarbeiten konnten, etwas schärfen können, ohne da einen allzu großen Schwerpunkt draufzulegen. Und an entsprechender Beteiligung oder für entsprechende Beteiligung möchte ich jetzt schon mal werben und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit in diesem Bereich. Dankeschön. Und der Olaf. Ja, zum AK1 insgesamt kann ich jetzt eigentlich ein wenig sagen. Wir haben uns auch schon länger nicht mehr getroffen, jetzt dieses Jahr noch gar nicht. Aber mir ist jetzt was ganz anderes reingekommen. Das ist jetzt also der Bereich Gesundheit. Das gehört ja auch zum AK1. Und zwar wird demnächst hier ein Gesetz für einen Ethikrat für die Präimplantationsdiagnostik gemacht werden. Das hört sich jetzt erstmal so an. Das ist ein verdammt brisantes ethisch-moralisches Thema, wo selbst die anderen Fraktionen in der Regel keine Fraktionsdisziplin mehr kennen. Einfach mal so als Sache. Das heißt, wir müssen uns da Gedanken drüber machen. Jeder sollte so seinen Standpunkt haben und es wird ja wahrscheinlich eine Mega-Anhörung geben. Und ich persönlich für mich habe eine ziemlich klare Einstellung zu der Sache. Ich weiß allerdings, dass auch sicherlich, oder ich kann mir sehr gut vorstellen, dass auch fast sogar gegenteilige Ansichten zu dieser Sache existieren. Also das ist eine Sache, die kann man eigentlich als kleine Gruppe kaum leisten, wenn man da jetzt wirklich ein Spektrum abdecken will. Also im Prinzip, wenn das jetzt immer heißer wird, also es ist noch in der ersten Phase, es gibt bis jetzt nur einen Vorabentwurf, der an die Verbände gegangen ist, damit die eine erste Stellungnahme machen können. Danach gibt es ja dann den zweiten Entwurf vom Ministerium, der dann ins Parlament eingebracht wird. Und danach wird ja dann die Anhörung stattfinden. Also es hat noch etwas Zeit, aber ich möchte trotzdem schon mal darauf hinweisen, sich mit dem Thema vielleicht auseinanderzusetzen und für sich, wenn solche Sachen sind, schon mal Fragen überlegen. Weil ich kann natürlich aufgrund dessen, dass ich schon doch eine relativ klare Meinung für mich dazu habe, auch nicht unbedingt das ganze Fragenspektrum an der Stelle abdecken. Und das muss auf jeden Fall, sollte auf jeden Fall auch ausschussübergreifend bei uns geschehen. Da hat also auf jeden Fall auch der Gleichstellungs- oder der Emanzipationsausschuss, der sollte da auf jeden Fall auch mit dabei sein, meiner Meinung nach. Aber das wird sich ja dann zeigen, in welche Ausschüsse das hinterher noch überwiesen wird. Das nur mal so als Vorabinformation, dass das so in der nächsten Zeit drankommen wird. Weil wie gesagt, bis jetzt gibt es nur das Vorabgesetz, zu dem man jetzt Änderungsvorschläge, auch wir sind das auch, bis zum 24. Januar können von uns Änderungsvorschläge für dieses Gesetz ans Ministerium gesandt werden. Das Gesetz gibt es so nicht. Ich könnte es aber jetzt natürlich einkopieren und das mal als PDF an alle schicken. Wir haben als Fraktion nur eine Version bis jetzt bekommen. Vielen Dank, Olaf. Dann kommt jetzt der Nico-Moment. Ja, kurz zum AK5. Das Interessanteste ist, glaube ich, im Moment die Entwicklung um den Bereich Snowden-Antrag, der von Daniel kommt, den wir ursprünglich in den Europaausschuss verwiesen haben, in der Erwartung, dass wir jetzt in der nächsten Europaausschusssitzung diesen auch behandeln können. Dann kam die interessante Entwicklung, dass dort, just an dem Termin der Ausschusssitzung, ja, der Landtag ein Partnerschaftsabkommen unterzeichnen möchte mit der Partnerregion Nord-de-Perkalais. Okay. Und es dann dazu kam, dass diese Ausschusssitzung sozusagen abgesetzt werden musste, um dem nachzukommen. Und da werde ich jetzt nochmal mit dem Daniel, aus bekannten Gründen kann er jetzt ja leider nicht hier, nochmal drüber sprechen. Und da müsste es dann gegebenenfalls noch einen Umlaufbeschluss geben, wie jetzt dort weiter verfahren wird. Denn die übernächste Ausschusssitzung liegt nach dem nächsten Plenum. Und damit würde wieder zusätzlich Zeit vergehen. Und da ist die Frage, wie wir da mit der Situation umgehen. Ich und ihr wisst aber, kennt Daniels Einschätzung zu diesem Antrag. Und ich denke, da gibt es nochmal Gesprächsbedarf. Ich versuche jetzt, ihn noch zu erreichen, um da das weitere Vorgehen nochmal zu klären. Aber da müssen wir einen Umlaufbeschluss machen oder halt in der nächsten Fraktionssitzung das dann noch besprechen. Eine AK5-Sitzung hat es da nicht mehr gegeben, stünde dann auch nächsten Montag an. Das ist, denke ich mal, das Wichtigste aus AK5. Gut, vielen Dank, Nico. Kann ich noch ergänzen, aber das betrifft eher den Bereich Verkehr. Wir haben die Giga-Line-Anhörung diese Woche. Gut, vielen Dank. Ich sehe keine weiteren Meldungen mehr zu diesem Tagesordnungspunkt, was auch ziemlich gut passt, weil wir jetzt 11.31 Uhr haben. Deshalb beschließe ich jetzt. Nein, deshalb machen wir. Ich möchte Pause machen, Joachim. Nicht halb zwei, halb zwölf, verstehst du? Okay. Also wir haben jetzt halb zwölf, wir machen Pause bis 11.51 Uhr. Danke. So, wir haben 11.51 Uhr, wir sind beschlussfähig. Deshalb würde ich gerne weitermachen mit der Tagesordnung. Der nächste Tagesordnungspunkt ist der Bericht aus Hamburg, nicht der Bericht aus Berlin, wie er erst hieß. Der Bericht aus Hamburg und da waren ja auch der Herr Kern und der Herr Schatz dabei und natürlich auch Herr Düngel, der jetzt gerade reinkommt, sodass vielleicht jeder ein bisschen was dazu erzählen kann. Wer möchte denn? Ich würde mich gerade nicht konzentrieren. Magst du jetzt zu Daniel? Daniel? Ja. Okay. Bericht der Landesregierung wird erwarten. Okay. Dann mal los. Gefahrengebiete. Ja, also ganz im Ernst, ich könnte euch mehrere Stunden jetzt berichten oder wir könnten euch mehrere Stunden berichten, wir waren ja ein paar Stunden da. Ich versuche mich so auf zwei, drei, vier Dinge vielleicht zu konzentrieren. Es wird auch noch einen Blogbeitrag geben. Nico hat bereits zwei Blogs dazu geschrieben, von Freitag beziehungsweise von Samstag. Wir sitzen gerade noch dran, Andreas, Sandra und ich. Dirk will, glaube ich, noch was separat oder sowas schreiben, wenn ich das richtig verstanden habe. Also da wird noch ein bisschen was zum Nachlesen letzten Endes sein. Auf zwei, drei Dinge will ich trotzdem eingehen. Also zum Ersten, es gab durchaus auch Kritik an unserem Besuch da. Diese Kritik ist allerdings eigentlich so im Laufe des Tages oder im Laufe des Abends so ziemlich verflogen, weil wir eben, glaube ich, nicht das gemacht haben, was manche befürchtet haben, dass wir da als, ich sage mal, tatsächlich als Touristen oder wie auch immer irgendwie auftreten, sondern als Terroristen. Nicht als Touristen, sondern Terroristen. Wir als linksextreme Gewaltgruppe, wie wir dort angereist sind. Nein, also wir haben einfach geguckt, wir haben einfach das Ganze so ein bisschen auf uns zukommen lassen, was da irgendwie so passiert. Es gab ja diesen offiziellen Spaziergang durch die Gefahrengebiete. Die sind ja nicht von uns organisiert worden. Das hat der Andreas Gerholt, Pauli-Pirat, letzten Endes gemacht, also als Fraktionsvorsitzender in der BV Mitte. Das ist von denen organisiert worden, gemeinsam mit der SG Presse. Da gab es auch erst ein bisschen negative Stimmen, ob das irgendwie sinnvoll ist und gut ist. Im Nachhinein muss man ganz klar sagen, das ist zumindest meine Einschätzung davon, auch die PK, die dann in der Folge stattgefunden hat. Das war gut, weil das sehr viel Presse an sich gezogen hat. Da wurde viel darüber berichtet und ich glaube, gerade auch der Pauli-Pirat kommt da sehr gut bei weg, weil er einen sehr großen Redeanteil hatte. Und gerade auch auf der Pressekonferenz, wenn die Frau Schneider von der Linken da noch einigermaßen glaubwürdig rübergekommen ist, hatte die Frau Jesse Cannell, glaube ich, von der FDP, naja, die war halt von der FDP, was willst du machen? Also sie hat dann, sie hat halt irgendwann versucht zu relativieren, dass doch Gefahrengebiete doch vielleicht irgendwie auch ein gutes Mittel sein können unter bestimmten Voraussetzungen, zum Beispiel dann, wenn es irgendwie was mit rechter Gewalt zu tun hat, was sich allerdings dann dabei halt eben nicht verstanden hat und Nico hatte dankenswerterweise sich dann auch in die PK so ein bisschen eingemischt und Fragen gestellt, was sich in dem Moment für die Anwohner ändert, ja, in diesem Gefahrengebiet. Ob jetzt eine Gewalt von links, von rechts, von wo auch immer ausgeht, die Situation für die Anwohner da ist halt letzten Endes immer so die gleiche. Also all solche Sachen, die ist da irgendwie halt komisch bei der PK weggekommen. Wenn ihr Twitter gelesen habt, habt ihr eben gesehen, dass wir dann abends auch noch so ein bisschen tatsächlich unterwegs waren. Es war insgesamt eigentlich ein verhältnismäßig ruhiger Abend und Nachmittag. Ich habe gerade draußen mit Birgit schon mal so ganz kurz gesprochen. Wir sind, was für mich eigentlich so das Beeindruckendste war, ist, als wir irgendwann aus dem Schanzenviertel so Richtung St. Pauli wollten. Wir wollten tatsächlich einfach in eine Kneipe gehen und ein bisschen was trinken und sind dann halt beim Eintritt sozusagen in das Gefahrengebiet Pauli dann unten, also rund um die Davidwache, einfach nicht durchgekommen. Also wir sind nicht durchgelassen worden. Wir waren mit einer relativ kleinen Gruppe zu dem Zeitpunkt unterwegs. Was weiß ich, 15 Mann vielleicht. Und du bist halt dann eben oder bist völliger Willkür in dem Moment ausgesetzt. Die Polizisten, die dann eben an dieser Straßenkreuzung standen, wo wir durchwollten, haben dann einfach gesagt, nö, ist nicht. Ich habe auch nachgefragt, warum das denn so ist und dann kriegst du halt irgendwas gesagt. Naja, aber es ist doch Gefahrengebiet. Ja, aber warum dürfen wir nicht durch? Wir wollen da vorne in die Kneipe. Die konntest du von daraus schon sehen, wo wir eigentlich hinwollten. Aber halt keine Chance in dem Moment. Du wirst halt eben einfach zurückgewiesen. Der sagt dann auch, nö, ich sage Ihnen nicht warum. Fertig. Du wirst also eher eigentlich noch so ein bisschen hingehalten. Dirk will was ergänzen da, oder? Also er hat es ja hinterher dann sogar noch mal gesagt. Er meinte erst, du hast ja gefragt, darf ich fragen? Dann kam er ja, Sie dürfen fragen. Dann hast du gefragt, ja, sage ich aber nicht so ungefähr. Und dann kam er dann noch, ich weiß nicht, ob es der gleiche war. Und anderer meinte halt noch, ja, Sie haben Klobürsten dabei. Sie sind als Gegner des Gefahrengebietes zu erkennen. Und das war also wörtlich, ja. Und das war die Begründung, dass wir da nicht durch durften. Also ich denke nicht, dass das jetzt, ja, es war wahrscheinlich so ein bisschen, der wusste auch nicht noch, was er sagen soll. Ja, war halt nicht toll. Aber ich sage mal, das ist schon, also wenn man jetzt so ein normaler Anwohner ist und sowas, dann vielleicht auch den Protest zeigen will als Anwohner. Ja, also ich fand es halt schon, also das war halt schon grenzwertig, also sehr grenzwertig. Ja, auf jeden Fall. Also das Lustige ist dann halt, wir sind dann über eine Seitenstraße oder einen Seitenweg halt an die nächste Kreuzung gegangen. Und da war tatsächlich genau das Gegenteil. Also da war halt ein sehr kooperierender Polizist, der mit uns gesprochen hat, der gefragt hat, wo wir eben hingehen wollen. Und der hatte auch den Hinweis zu den Klobürsten gesagt, dass das hier schon irgendwie sehr provozierend dann natürlich aufgenommen wird. Wir haben glaubhaft versichern können, dass es reiner Zufall ist, dass wir Klobürsten dabei haben, denke ich. Und ja, jedenfalls haben die uns dann durchgelassen. Was witzig ist, ist halt in der Zeit kommt dann auch von der rechten Seite, also wo wir vorher dann standen, kommen dann so die ersten Cops dann rüber, in voller Montur und so weiter, um da mehr oder weniger zu unterstützen, wenn es jetzt gleich eskaliert und wir die Polizisten selbstverständlich angreifen werden, weil wir ja linksextreme Gewalttäter sind und ganz klar in den Klobürsten daran zu erkennen sind, dass wir das sind. Also wirklich, ich empfand das als wahnsinnig unangenehm, also gerade unter dem Aspekt, dass du halt mit eigentlich sehr wenigen in dem Moment unterwegs warst. Und das dürfte ja an so einem Samstagabend auf St. Pauli jetzt nicht allzu besonders sein, dass da irgendwie eine kleine Gruppe unterwegs ist, die da irgendwie so ein bisschen feiern gehen möchte. Ja, mit Klobürsten, ja genau. Ja, ansonsten, wir haben, was wirklich klasse war, ist so die Betreuung über den Tag gewesen, auch von den Hamburger Piraten, ohne dass wir jetzt alles im Detail irgendwie im Vorfeld abgesprochen haben. Haben die uns halt alles irgendwie zeigen können, was wir irgendwie auch sehen wollten. Also ob es jetzt ihr Fraktionsgeschäft, der Landesgeschäft und so weiter in dem Kontext dann halt auch irgendwie ist. Und abends sind wir dann halt noch ein bisschen unterwegs gewesen, standen erst halt eben außerhalb eines Kessels und wenig später dann innerhalb eines Kessels zu stehen. Auch das ist, ja, irgendwie auch unangenehm. Aber ich sage mal, gerade der Kessel, wo wir dann nachher drin standen, der kann man jetzt auch nicht so wahnsinnig überraschen. Also da waren wir tatsächlich dann auch mit einer großen Gruppe von 100, 120, 130 Leuten vielleicht unterwegs. Und wir befanden uns dann halt nachher mittendrin, weil wir halt eben auch nicht weggerannt sind. Wir sind halt eben normal weitergelaufen. Und diejenigen, die halt weitergelaufen sind, standen halt irgendwann drin, sind kontrolliert worden dementsprechend. Und auch da kriegst du halt eben keine genauen Gründe gesagt. Also mir ist gesagt worden, dass ich mich in einer Gruppe befunden habe, aus der an dem Tag schon mehrere Gewalttaten hervorgegangen sind. Ich bat um Verständnis, dass ich mich daran nicht erinnern konnte, weil einfach, wie gesagt, nichts passiert ist. Aber das ist denen halt auch egal. Also die wollen dich ja jetzt nicht irgendwie informieren oder sowas. Die ziehen dann da halt auch ihren Job mehr oder weniger durch. Und dann war es das an der Stelle irgendwo auch. Thorsten? Ich möchte nur als Zwischenruf einmal betonen, die ziehen eben nicht ihren Job durch. Die ziehen da unrechtmäßig Dinge durch. Das ist nicht ihr Job, den die da durchziehen. Und vor allen Dingen nicht in der ausgeführten Art und Weise. Zweifellos, möglicherweise war der angedeutete Sarkasmus da nicht ganz deutlich oder auch Fehlerplatz, weiß ich nicht. Ja, ist schon eine ganz, also das ganze Thema ist halt ziemlich bedeutend. Und das, also ich habe auch selber noch, ich habe ehrlich gesagt, das auch noch gar nicht so ganz, so ganz alles irgendwie Revue passieren lassen, weil da schon ziemlich viele Eindrücke waren, die man da gesammelt hat. Und ich bin jetzt nicht ganz unerfahren, was irgendwie Repressionen seitens der Polizei angeht. Aber das war halt schon eine wirklich ganz besondere Hausnummer. Und das zeigt einfach, dass dieses Mittel, was da Hamburg zur Verfügung hat mit den Gefahrengebieten, das widerspricht allem, was wir irgendwie als Programmatik irgendwo vertreten. Ja, und ich bin gespannt, wann die nächsten Innenminister auf die Idee kommen und sich solche tollen Dinge dann vielleicht auch in ihr eigenes Bundesland mit irgendwie holen wollen. Also, Herr Jäger, sind Sie im Stream? Bitte? Herr Jäger, sind Sie im Stream? Naja, das ist ja jeder, man macht ja jetzt Innenministerkonferenz hier, Vorsitz und so. Er hat ja jetzt keine Zeit mehr ins Stream zu gucken wahrscheinlich. Ähm, ja, ich weiß nicht, habe ich was vergessen? Ich glaube schon, oder? Habt ihr Fragen irgendwie dazu? Ja, Grumpy? Herr Grumpy. Ja, und zwar würde mich nur interessieren, Presseresonanz, also dort oben, also überhaupt Resonanz von Seiten von anderen Bürgern, weil ich glaube, ihr wart ja doch auch zwischendurch eine relativ große Gruppe dazu noch. Also ein bisschen weniger das, wie hat der Stadtstaat da reagiert, sondern halt, wie haben die anderen Anwohner, habt ihr da was mitgekriegt, wie haben die reagiert? Und wie hat die Presse reagiert? Also Anwohner, ich weiß jetzt nicht, wie Anwohner jetzt auf diesen Spaziergang oder so reagiert haben. Ich kenne halt mehrere Reaktionen so von Anwohnern, die halt einfach auch irgendwo stehen und wo man, also den Anwohnern ist, glaube ich, schon sehr klar, dass auch gerade die Menschen, die da auf der Straße irgendwie unterwegs sind und sich irgendwie aktiv da gegen diese Gefahrengebiete halt eben eingesetzt haben, dass die im Prinzip für deren Rechte tatsächlich kämpfen. Und die werden halt eben nicht irgendwie als, so wie es vielleicht in der einen oder anderen Zeitung dann steht, irgendwie als linke Spinner, linke Gewalttäter oder sonst irgendwas identifiziert, sondern gehören im Prinzip tatsächlich dazu. Das war halt zum Beispiel auch an diesem ersten Kessel, der da war, ich fand das sehr beeindruckend, wie schnell sich halt da eben Leute zusammengefunden haben, so aus unterschiedlichsten Ecken und auch eben so unterschiedlichster Herkunft, die dann ganz einfach spontan eben dann mit auf die Straße gegangen sind, mit in diese Gruppe gefunden, diese Gruppe dann eben gefunden haben und irgendwie unterstützen wollten. Das fand ich schon cool. Was Presseecho und so angeht, das gibt, oder das ganze Gefahrengebiet ist ja von Hamburg mittendrin zum Beispiel sehr intensiv betreut worden, die ja auch getwittert haben und so weiter. Das ist im Endeffekt ja nur in Anführungszeichen so ein Lokalmagazin, hat aber in dem Zusammenhang eine ziemlich große Verbreitung halt auch gefunden. Bei dem Spaziergang selber war eine Kamera vom NDR mit dabei, da weiß ich jetzt allerdings noch nicht, ob da ein Bericht oder sowas schon stattgefunden hat. Also ich habe nichts gesehen. Jetzt Nico schüttelt auch mit dem Kopf. Da weiß ich nicht, was da genau jetzt gesendet wurde oder sowas. Aber es waren halt diverse Medien waren da und da wird sicherlich auch darüber berichtet worden sein. Ja, vielen Dank. Ich sehe jetzt auch keine weiteren. Doch, Dirk. Naja, also ich möchte das, was Toso gerade gesagt hat, vielleicht nochmal aufgreifen. Also ich, da ich ja auch die andere Seite kenne, sehe ich es halt ein bisschen differenzierter. Ja, also aus meiner Sicht ist es auch rechtswidrig. Also diese ganze Situation an sich, keine Frage. Aber ich habe ja auch dann auch rechts im Kessel standen oder auch hinterher vorher, als wir dann draußen mit dem einen oder anderen Polizisten dort vor Ort gesprochen, um auch mal die Eindrücke von denen einzufangen. Das ist natürlich auch genau das, was ich auch selber die Erfahrung habe. Also die meisten von den Leuten, die halt da sind, die wären auch lieber zu Hause im Bett und würden schlafen. Also es ist ja nicht so, dass die jetzt da freudestrahlend ihre Hundertschaftsdienst verrichten. Also das möchte ich hier mal ganz klarstellen. Also die Kritik ist sicherlich am Gefahrengebiet da, aber die Kritik würde ich jetzt nicht am einzelnen Polizisten äußern, sondern wirklich dann an der Polizeiführung, vor allem an der Politik. Und da ist die Polizei manchmal nur mal einfach nur Spielball. Und der Toso. Grundsätzlich schon, gebe ich dir völlig recht. Aber trotzdem liegt es immer noch bei jedem einzelnen Beamten, wie er seinen Dienst ausfüllt. Und da gibt es durchaus, ich sage mal, Qualitätsunterschiede. Bei dem einen merkt man durchaus näher, dass er unser Grundgesetz schon mal auf dem Nachtschränkchen liegen gehabt hat. Bei dem anderen bin ich mir nicht ganz sicher, ob da unser Grundgesetz schon mal gelegen hat. Oder irgendein anderes Büchlein. Ja, das Problem ist halt nur, dass ich immer mehr sehe, dass diese Einzelfälle sich zu einem gewissen Muster ausbreiten. Wenn ich mir beispielsweise angucke, wie wir zuletzt behandelt worden sind bei der Anti-Nazi-Demo in Dortmund, bei Birgit vor der Haustür, dann sehe ich da schon einen gewissen Wandel. Und den möchte ich nicht als Einzelfälle abtun und den möchte ich auch nicht unkommentiert stehen lassen. Der Daniel, bitte. Ja, ich möchte noch eine Kleinigkeit ergänzen. Als dieser Kessel entstanden ist, wo wir uns drin befunden haben, läuft im Prinzip an uns, läuft halt eben Polizei vorbei, wo halt einer von den Polizisten dann zu den Weglaufenden ruft, ey, guckt mal, ihr lauft hier wie die Hasen weg. Ich glaube, der hat schon Spaß gehabt an dem Einsatz. Ich kann ja jetzt nur wiedergeben, was ich da so dann gefühlt habe oder wie ich möglicherweise auch gerne reagiert hätte. Wenn ich so reagiert hätte, wie ich gerne reagiert hätte, dann wären wir Samstagnacht nicht nach Hause gefahren. Um das ganz einfach und ganz klar zu sagen. Das geht halt gar nicht. Aber du hast natürlich recht. Also es gibt sicherlich ganz viele Polizisten, die da tatsächlich einfach ihren Job machen müssen, weil es einfach deren Job ist. Das weiß ich ja auch. Aber es gibt ja auch ganz viele, die das durchaus auch gerne tun und durchaus auch gerne ihre Macht ausspielen. Aber ich glaube, da sind wir auch gar nicht so weit voneinander entfernt. Ich denke, das kennst du aus deiner eigenen Erfahrung ja durchaus auch. Ich würde vielleicht noch eine Sache ergänzen, weil ich es halt erschreckend fand. Gerade in der Sache, wo wir da in diesem Kessel standen. Also ich habe meine Aufgabe eher als Beobachter gesehen. Nicht unbedingt, dass ich jetzt immer mittendrin sein muss. Denkt mal Daniel auch. Ich habe mich aber dann zum Beispiel auch häufiger bewusst abgesetzt von der Gruppe. Also bin dann entweder ein Stückchen zurückgelaufen oder links und rechts abgesetzt daneben, um einfach mal von außen drauf zu gucken. Als wir dann in dieser Situation waren mit dem Kessel, da war es dann tatsächlich auch so, wir sind in eine Richtung gelaufen, haben dann kurzzeitig gedreht und während die anderen auf der Straße liefen, bin ich auf dem Bürgersteig gelaufen. Also es liefen ja auch normale Bürger dann logischerweise neben uns her, weil die auch dann einfach diesen Weg liefen, den wir auch zufällig liefen. Wäre ich in diesem Moment Anwohner gewesen, ich wäre da einfach drin gewesen. Ich hätte keine Chance gehabt, da rauszukommen. Hätte ich jetzt meinen Hund alleine gehabt, hätte ich nur mal Gasse gehen wollen oder meinen kleinen Sohn, wie auch immer. Es war ja nicht mal spät, großartig. Also ich hätte keine Chance gehabt, da rauszukommen und wäre drin gewesen. Also egal, was ich da getan hätte. Und ich war schon abgesetzt. Ich habe mich auch nicht auffällig verhalten. Ich war nicht schwarz gekleidet. Ich hatte mich normal gekleidet. Blaue Jeans, normalen Pullover und so weiter und so fort. Keine Kapuze, nichts auf. Also das wäre schon schlimm gewesen. Für die Einwohner ist das echt nicht toll, denke ich mal. Gut, dann habe ich noch eine letzte Meldung von Tose und dann möchte ich den Tagesordnungspunkt abschließen. Ja, sinnvollerweise haben wir da ja auch schon, wenn es Fehlverhalten bei der Polizei gibt, gibt es von uns ja auch schon Lösungsmöglichkeiten dafür. Die Anträge sind, glaube ich, auch schon eingebracht worden, einen Obmann für solche Dinge einzuführen, wo sich dann Bürger hinwenden können, wo sich dann aber auch vielleicht als Whistleblowing sogar Polizisten hinwenden können, wenn sie merken, in ihrer Einheit läuft was schief. Das wird bis jetzt von unserem Innenminister oder Minister für Kommunales und Inneres hier in NRW, Ralf Weger, rundheraus abgelehnt, wobei das Ganze eigentlich ein Erfolgsmodell in anderen Bundesländern ist. Ganz schnelles Statement von Daniel. Ganz kurz und ganz schnell. Ich möchte nur noch auf eins hinweisen, weil wir gerade über Hamburg an der Stelle sprechen. Bis zum 17. März werden dort gerade Unterschriften gesammelt, unter anderem eben auch von Piraten für ein faires Wahlrecht in Hamburg, wo es auch eben um Sperrklauseln etc. geht. Ich persönlich kann mir, nee, ich persönlich werde das unterstützen und werde auch sicherlich nochmal so einen Hamburg-Trip machen bis zum 17. März. Und ich fände es schön, wenn wir auch da wieder hier aus Nordrhein-Westfalen mit ein paar Leuten da hinfahren würden. Also Unterschriften sammeln können wir, glaube ich, alle. Haben wir schon oft genug machen müssen. Jetzt ja schon längere Zeit nicht mehr. Vielleicht sollten wir uns einfach diese Fähigkeit irgendwie nicht verlernen. Also ich werde die Tage mal irgendwie einen Termin raussuchen, mit den Hamburgern auch irgendwie koordinieren. Und ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere mitkäme. Ich würde den Tagesordnungspunkt jetzt gerne beenden, Nico. Es sei denn, wir müssen jetzt nochmal abstimmen über eine Note 15 Minuten. Okay. Ist auch schön, endet mit einem Appell der Tagesordnungspunkt. Und Daniel kontaktiert uns dann, wenn er einen Termin rausgesucht hat. Das heißt, wir kommen jetzt zum nächsten Tagesordnungspunkt. Verschiedenes und da habe ich, glaube ich, eine Wortmeldung von Joachim. Es ist nur eine Ankündigung, noch keine Festlegung. Ich möchte gerne in der neuen Vorstandszusammensetzung außerhalb des regulären Turnus montags morgens um 10 Uhr eine Vorstandssondersitzung einberufen. Das kann nicht heute sein, weil einige nicht können. Ich bitte mal den Oliver, wenn das machbar ist, einen Termin zu koordinieren. Ich sage gleich, das Zeitfenster ist wahrscheinlich nur morgen und Donnerstag, wenn ich das richtig sehe. Also nur morgen, was bei mir ginge. Lukas hatte gerade seinen Kalender nicht dabei, deswegen konnte ich da nichts machen. Ich würde gerne wirklich im konstruktiven Sinne, dass wir uns vorher mal zu einer Runde mit offener Tagesordnung zusammensetzen. Danke. Und das war's. Gibt es weitere Punkte zu Verschiedenes? Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Damit haben wir den letzten Tagesordnungspunkt der Fraktionssitzung abgeschlossen. Und ich schließe hiermit die Fraktionssitzung um 12.12 Uhr und wünsche allen noch einen schönen Tag. Danke.